Weiterhin heftige Schneefälle werden gemeldet im ja sonst eigentlich so sonnigen Kalifornien. Dieses Wetterchaos lässt Teile des US-Bundesstaates im Schnee versinken. Östlich von Los Angeles sind ganze Orte eingeschlossen. Kalifornien jetzt im Ausnahmezustand. Die Einzelheiten von Felix Frerichs. Schnee bedeckte Berge hinter der Skyline von Los Angeles. Der berühmte Hollywood-Schriftzug vor einer weißen Bergkulisse. Doch 100 Kilometer weiter östlich versinkt das sonst sonnige Kalifornien im Schneechaos. Besonders betroffen die südkalifornischen Berggemeinden in den San Bernardino Mountains. In Lake Arrowhead versuchen eingeschneite Bewohner, ihre Hausdächer von den schweren Schneemassen zu befreien. Im Bergort Crestline bitten Verzweifelte vom Schnee eingeschlossene um Hilfe. Wir wissen, dass dies eine außergewöhnlich harte Zeit für diejenigen ist, die immer noch auf dem Berg eingeschlossen sind. Wir konnten viele befreien, aber es sitzen auch immer noch viele fest. Meterhoher Schnee, beliebte Ausflugsziele, von der Außenwelt abgeschnitten. Für 13 Bezirke des US-Bundesstaats wurde der Notstand ausgerufen. Die außergewöhnlich starken Schneefälle lassen sogar Hausdächer einstürzen, wie etwa das Dach dieses Supermarktes in Crestline. Das ungeheure Ausmaß dieses Ereignisses ist schwer zu verstehen. Wissen Sie, wir denken, wir sind in Südkalifornien, aber dennoch haben wir solche Schneemassen, die für viel Angst, Frustration und Probleme sorgen. Besonders unter denen, die im Moment eingeschlossen sind. Für die Menschen in Südkalifornien gibt es noch immer keine Entwarnung. In den San Bernardino Mountains könnten einige wohl noch eine ganze Woche festsitzen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Vielen Dank.